Könnt, äh, hauen wir die olle Lampe noch? Ne, ich glaube nicht, aber da kommen kein Schiff viele Leute. Ich lasse dich mal hier stehen. Au! Er hat keinen Kopf mehr und haut mich trotzdem noch. So, hier ist Sackgossen. Blöd. Da kommt gerade einer runtergepumst. Oh! Ne, komm mal weg. Wow, wo sind das viele? Vorsicht, Brandgranate? Ja. Ach, ich hab keine Munition mehr. Davon liegt noch welche. Oh, die kommen aus allen Löchern. Bleiben Bewegung. Ich hab keine Munition. Granate! Wow! Die hat gezündet. Der Typ läuft immer noch. Stehe ich nicht. Da läuft noch einer. Jetzt läuft der nicht mehr. Boah, hier drüben ist auch noch einer. Er bewegt sich aber noch. Gehst du jetzt mal? Wow! Irgendwas hat mich getroffen. Hier sind zwei von den Viechern. Bäh! Ja, ich kümmere mich drum. Okay. Sobald ich kann. Bäh! Und auf dem Boden liegt noch, ähm... Oh! Munition. Weg von mir. Oh, da kommt auch so... Hier drüben bei mir ist doch Schrot. Ja, ich komm hier, glaub ich nicht. Hier bin ich raus, doch. Hey, ich brauch ein Spray. Hab ich. Wir können auch, glaub ich, nach oben gehen, ne? Ich weiß nur nicht, ob dann noch mehr... Oder wir können ja auch klettern. Ach so. Ja, gut, dann... Äh. Wow! Ganz blöd. Ich bin leer geschossen. Ich hab auch nichts mehr. Wow! Dann sollten wir, glaub ich, zusehen, dass wir nach oben kommen. Oh, hier legt noch was. Ah, okay, hast du grad eingesammelt. Wow! Also ich geh jetzt nach oben. Okay, du gehst nach oben. Ich lauf nochmal nach oben im Kreis. Tut mir leid. Wuh! Oh! Junge! Wow! Ah, du sollst nicht das Gold aufnehmen, du sollst noch hochklettern. Ach, was war denn jetzt? Irgendwas hat... Irgendwas ist explodiert. Ja, ich glaub, da schießen welche mit ihren... Gehen wir noch ein bisschen weiter nach oben. Ich komm mit. Kann ich? Kann ich? Hier ist noch ein Kraut. Also direkt, wenn du die Leiter hochkommst, ist ein Kraut. Mhm. Brauchst du Hilfe? Kommt der denn jetzt her? Okay, ich hab Maschinengewehr und Pistolenmunition bekommen. Dann wirst du dich da mal mit der Wusse. Ja. Wo komm ich denn hier nach oben? Wir müssen hier in Bewegung bleiben, sonst... Ich hab hier einen Tunnel gefunden. Ja. Ich komm grad hoch. Geh nicht, du weg. Ich glaub, wir sollten den Gang hier langlaufen. Ach, jetzt hab ich die Maschinen gewirkt. Mention genommen. So. Sollen wir heilen, oder? Ähm, ja, du brauchst es ein bisschen nötiger als ich. Na, warte. Ich hab aber nicht mehr. Ich hab noch. So, gehen wir jetzt hier runter. Ich glaub, das führt nur zurück. Wir würden sagen, wir gehen hier hoch. Ach, ich hör schon wieder was. Keine Sackgasse. Aber da... Ja, da stehen noch welche. Warte mal, ich. Gib dir mal ein bisschen Maschinen. Bitteschön. Alter. Was ist denn? Irgendwas ist explodiert. Wahrscheinlich stand da irgendwo so ein rotes Fass rum. Ach, ihr liegt noch. Hier, hat er noch eine Brandgranate. Was ist denn jetzt hier? Matsch. Oh. Wieder ausholt, ey. Hier ist Pistolenmunition. I am on my way. Können wir da rein? Können wir schon da rein? Okay. Scheint so. Das war ja mal aufregend. Finde ich jetzt grad ein bisschen unbefriedigend, dass wir nicht alle Leute abmetzeln konnten. Ja, aber ich glaub, die wären immer wieder neu gekommen. Ja, aber da war... Ich hab einen kleinen Diamanten gesehen. Und den hätte ich gerne haben wollen. Na gut. Aber jetzt ist halt... Ist halt vorbei. So, erstmal wieder Karte anschalten. Hier haben wir Pist... Gewehrmunition. Ein Kraut. Nimmst du das? Gut. Dann müssen wir die Treppe hier hoch. Jo. Katzi. Arsch. Arsch. Oh! . Hurry! Suckers! Was ist das? Das Ölfeld. Das und die Marschlinien! Geh zurück diese Woche! Was ist das? An dieser Stelle kann ich mich noch erinnern, ey. Dann bleib ich hier mal am Fenster stehen. Und baller mal den ein oder anderen Dach. Wow! Ah ja, da an dem stationären Geschütz steht einer. Aua! Verfluchte Fickscheiße. Hab ich keine Muniz... Ja, hab ich wohl noch Munizungen in der Pistole. So, einen hab ich da mal weggeballert. Mal gucken, ob ich den am stationären Geschütz auch treffe. Ich seh den grad gar nicht, wie der steht. Ach doch, da. Okay. Zack! Einen Kopf weniger. Na, den nächsten. Ich sniper die jetzt mal so gut es geht hier weg. Ja, ich versuch hier den armen Mann, der auf der Treppe ist. Und sein Leiden zu erlösen. Oh. Jetzt besatzen die wieder das... ...bemannen die wieder das Geschütz hier. Das geht ja mal gar nicht. Ich versuch die so weit es geht von dem Geschütz hier fernzuhalten. Mhm. Oh. Soll ich dich heilen? Irgendwas hat mich... ...irgendwas hat mich getroffen. Ach, ähm, Dings stand einer. Ich muss auch nachladen. Uh. Okay. Mein lieber Mann, schon wieder das... ...Geschütz. Ja. So, wir ziehen unseren Freund mit der Armbrust wegballern. So. Ich denke mal, dass ich so im Großen und Ganzen... ...alles weggeschossen hab. Okay. Oh, ich hör schon wieder einen. Aber ich sehe ihn nicht. Oh, hinter mir! Hä? Hä? Ich war doch eben grad oben. Wo kommt der denn her? Ich war eben grad hier oben. Ich hab... ...keine Ahnung. Haben wir mal weggemessen als den Knaben hier. Na, Schrottgewehrmunition film. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... ...nach unten. Ich hab noch einen Schuss in der... ...Schneiper. Na, vielleicht kannst du den gleich noch verballern hier. Na, verballern möchte ich nicht. Ja, also... ...in irgendeinen Kopf rein... ...schießen. Boah! So. Dann wollen wir mal sehen, ob ich irgendwo noch was rumliebt steht. Da fliegt vor allem mal Munition in diesem... ...Truck. Druck. Klettern. Wie war denn da eine Handgranate? Kann der nicht irgendeinen Minen oder so? Kann sein, weiß ich jetzt grad nicht mehr. Ich guck mich mal um mit dem Scharfschützengewerbe... ...ich noch jemanden sehe. Oder um diese Kiste. Ich mach die mal auf, ja. Ich hab glaub ich auch schon... ...nen Schatz... ...ja, ja, nur zu. Ich hab einen Schatz irgendwo an der Wand grad leuchten sehen. Vielleicht kannst du mir auch eingebildet haben. Nein, da ist tatsächlich ein Schatz. Ein Diamant? Also ich seh grad hier jetzt keinen mehr. Ich achte da irgendwie überhaupt nicht drauf. Und diese blauen Dinge, weil die können ja echt überall sein. Du meinst diese Embleme? Ja, ja. Ja. Ne, hab ich auch nicht so so richtig drauf geachtet. Kann man da hoch? Kann man. Kann ich das verwenden? Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ja, nee. Ah! Nee, reicht. Obwohl. Das ist nur das Gewabere. Tja, schade. Eigentlich. Ist das eine Toilette? Es gibt Munition. Das ist explosiver Shit. Gewehrmunition, ich hab irgendwas gehört. Nehme ich da mal mit, die Gewehrmunition? Das ist eine Handgranate, die hier liegt. Wo müssen wir denn? Ach, hier. Die Leiter müssen hoch. Geh da mal hoch. Dann kannst du mich auf den Arsch starren. Ja, gerne. Finde ich auch. Schön. Oh, irgendwo hat es geknallt. Ich glaube, das war unten irgendwo. Ne, das ist Freund Blase hier. Aua. Gerade drüber geschossen. Gold. Oh. Da hat irgendwer. Daher schießt. Ach, da. Hallo. Ist er weit weg? Ich hab ihn kaputt gemacht. Oh, hallo Freund. Da kommst du jetzt die Leiter. Tschüss. 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 Ist runtergefallen. Na gut. Dann halt nicht. Hier geht's eine Leiter runter. Da ist ein Edelstein. Den schieß ich mal grad weg. Den hab ich grad eben aus der Ferne schon gesehen. Da, guck mal. Da kommt Freund Blase wieder die Leiter hoch. Na der wird sich freuen. Und tschüss. Runterspringen? So, dann gehen wir mal. Ja, ich denke.